Meine Damen und Herren, weiter geht es bei den 12. Berlin Masters mit dem letzten Handgerät, mit dem Band und dem letzten Finale des Grand Prix-Wochenendes in Berlin. An den Start geht aus Aserbaidschan, Lala Yusifovak. Lala Yusifovak Lala Yusifovak Lala Yusifovak Lala Yusifovak Lala Yusifovak Lala Yusifovak Applaus Applaus Applaus